Es ist einfach ganz wichtig, dass wir die Kinder von heute auf die Straßen von morgen vorbereiten. Zudem fordern wir natürlich auch Tempo 70 in Wohnstraßen, weil sonst macht es einfach keinen Spaß. Wir haben uns nicht umsonst diesen PS unter der Motorhaube gekauft. Freie Fahrt für freie Burger! Wir wollen mehr Spielstraßen für die Autos, nicht Spielstraßen für die Kinder. Wir möchten aus Kreuzberg ein Stickoxid-Tourort machen. Stickoxid-Tourort! Wir brauchen das zu geben, was sie sich längst verdient hätten, nämlich mehr Autoverkehr. Mehr Autoverkehr! Mehr Autoverkehr! Ein schreckliches Wachwerk, auf dem wir als Autofahrer fluchttuell, wie könnte er zu bieten, hat ihn zu nachdenken. Nie wieder Fahrrad! Nie! Nie! Nie wieder Fahrrad! Nie! Nie! Nie wieder Fahrrad! Ich würde dir nicht mal böse Stimmen unterstellen, sie hätten da so mit dem Abgas ein paar Sachen gemacht. Dabei ist das doch nur verantwortungsvoll gewesen, um die deutsche Autoindustrie nicht vor die Hunde gehen zu lassen. Und das unterstützen wir natürlich, genauso wie unser Freund, ich hoffe, ich kriege den Vornamen richtig hin, Anti-Scheuer. 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 Noch besser als Fobrind. Anti-Scheuer, Autogott. Anti-Scheuer, Autogott. Anti-Scheuer, Autogott. Sie, Sie, Sie wieder fahren. Wetter ist doch schön. Wie kann da das Kuiper und Probleme gerade sein? Das ist doch alles so ein Hotschwort in Chinesen, die das gemacht haben. Entschuldigung, wenn ihr irgendwelche Ideen abwenden wollt. So. Fußgänger raus! Fußgänger raus! Autos rein! Fußgänger raus! Autos rein! Fußgänger raus! Autos rein! Fußgänger raus! Autos rein! Fußgänger raus! Entschuldigung, Fußgänger! Bürger, lass das Klotzen rein! Steig ins Auto und fahr heim! Bürger, lass das Klotzen rein! Steig ins Auto und fahr heim! Autos verkehrt! Die haben es vorgemacht in der zweiten, in der dritten Reihe, in der fünften Reihe. Das stellt sich nicht hin, damit alle wissen, wer hier die Macht hat. Guckt euch dieses schönen Gefährte an, die es nicht schön anzusehen. Das ist technisch hervorragend, technisch hervorragend. Ein Stolz der Automobilindustrie. So, und wo wir auf die Kreuzung Rangelstraße Oppenerkopf, wollen wir uns anhalten und uns vorgemacht... Autos her! Mehr Autos her! Die Straße ist ja total noch leer! Mehr, 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 mehr Autoverkehr! Mehr, mehr, mehr Autoverkehr! Mehr, mehr, mehr Autoverkehr! Mehr, mehr, mehr Autoverkehr! Freie Fahrt für freie Bürger! Freie Fahrt für freie Bürger! Einen wunderschönen Tag geht's! Fahrschulen statt Volksschulen! Fahrschulen statt Volksschulen! Das ist eine meiner Lieblingsstraßen. Denn hier müssen wir noch mal ordentlich aufrollen. Hier ist dicht genug Autoverkehr. Hier befinden sich auf jeder Seite mehrere Kuita-Tagesstätten. Holland-Kuita. Endlich alt genug für den zwölfjährigen Führerinnen zu werden, damit sie hierher fahren können, um mit ihren motivierten Lobby-Cars in die Kita endlich fahren zu können. Unabhängigkeit für unsere jungen Mit-Autofahrer. Wir freuen uns schon darauf. Und wir sehen hier wunderbar. So, liebe Zusehenden, falls Sie sich wundern, wer das hier ist und was das hier soll, Wir sind die Autofreunde für die St. Kreuzberg. Und wir folgen unserem Modell für eine zukunftsgerechte Mobilität. ...erwärten wird, damit es auch angeblich ist, wenn man dort aussteigt. Ach so! Ich komme jetzt schon auf den Gerlitzer Parkplatz. Hier ist viel zu wenig Verkehr! Autos her! Gerlitzer Parkplatz! Gerlitzer Parkplatz! Gerlitzer Parkplatz! Gerlitzer Parkplatz! Gerlitzer Parkplatz! Hinten da raus! Hinten da raus! Hinten da raus! Hinten da raus! Mein Name ist Boris Kretschmann vom SUV-Flügel der Korzberger Grünen. Und wir finden, wir als SUV-Flügel der Korzberger Grünen finden, dass sich der Görlitzer Bahnhof, war ja ja mal eigentlich ideal aufgrund der Gleise lauter. Also der Görlitzer Bahnhof würde sich natürlich ideal als Autobahnzubringer eignen. Man könnte hier einen Ableger, die A1000, von der A100 bauen, direkt zum Cottbusser Tor und damit auch die Fahrzeit zum Flughafen verkürzen, wie in München. Ich erinnere an Stäubers Rede in München. In 15 Minuten mit dem SUV mit Tempo 250, weil wir sind natürlich auch gegen Tempolimits, solange die SUVs mit Biodiesel fahren. Also mit dem SUV vom Görlitzer Bahnhof zum Berliner Flughafen, wenn er denn irgendwann fertig ist, in nur 25 Minuten. Und das bequem im privaten SUV. Und dazu wollen wir natürlich auch Ökologie und Ökonomie verbinden, miteinander vereinen. Entsprechend fordern wir dringend einen Park-and-Ride-Parkplatz im Görlitzer Park. Seid ihr dafür? Ja! Ja! Wollt ihr mehr Park-and-Ride im Görlitzer Park? Ja! Es gibt ein Kraftfahrzeug. Und diese sind etwa 2.000 Autos, die stehen hier eigentlich rum und setzen ein deutliches Zeichen, wer die Macht hat hier. Wenn man sich dazu überlegt, was hier mittlerweile eine Wohnung kostet, fragt man sich dann von einem manchmal als unbescholtener Bürger, warum sind die Parkplätze eigentlich frei und dann stehen da Geräte, die sind größer als manches Kinderzimmer. Das ist einfach, weil wir das so wollen als Autolobby. Weil wir Unterstützung genießen von Leuten, die in Deutschland das Geld und die Macht haben. So ist das halt einfach. Gewöhnt euch alle dran. Der Platz gehört uns. Wir kriegen den umsonst. Läppische 10 Euro kostet im Jahr. Ein Anwohnerpark-Ticket im Jahr. Muss man sich überlegen. Da weiß man doch, wer hier gefördert wird. Aber es ist uns noch nicht genug. Wir sagen, weg mit dem Anwohner-Trick. Wir wollen alle Plätze hier haben. Weg mit den Bäumen. Weg mit den Büschen. Mehr Parkplätze. Mehr Asphalt. Und Görlitz Parkplatz. Görlitz Parkplatz. Mehr Asphalt. Mehr Asphalt. Mehr Asphalt. Mehr Asphalt! Bäume weg! Mehr Asphalt! Bäume weg! Mehr Asphalt! Herzlich willkommen liebe Anwohner und Gewerbetreibende in der Brangestraße. Wir sind autofreundliches Friedrichshain-Kreuzberg. Wir machen heute eine Demonstration, um ein deutliches Zeichen zu setzen, dass wir mehr Autoverkehr in Friedrichshain-Kreuzberg brauchen. Mehr Abgase, mehr Autos, mehr Stellplätze, mehr Parkplätze. Endlich wieder Förderung für Autoverkehr. Und vor allem hier im Wangelkiez brauchen wir von all dem noch viel, viel, viel mehr. Und wir sprechen uns aus gegen so absurde Ideen wie den autofreien Wangelkiez. Bui! Wir sprechen uns aus gegen mehr Radwege. Bui! Bui! Wir sprechen uns aus gegen Mobilitätsgesetze, die klar andere Verkehrsteilnehmer bevorzugen. Ohne Lasten! Bui! Bui! Und wir sind dafür, dass ihr endlich wieder in Ruhe geparkt in der zweiten, dritten, vierten, fünften, fünften und sechsten Reihe werden kann. Das ist uns ein Anliegen! Auch für die demonstrieren wir! Genau! Genau, wir wollen das Recht auf Tritt reinparken und hier ist ja 7 kmh pro Stunde, ich weiß gar nicht, ob Sie es wissen, ich habe hier 10 Jahre gewohnt, bis bevor ich es gemerkt habe, wir wollen hier deutlich sagen, das muss weg, hier muss wieder 70 werden, denn wir müssen uns frei durchfahren können, Durchgangsverkehr, Lieferverkehr, Posaverkehr mit 70 durch die Wangenstraße, dafür stehen wir heute ein hier.